Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan in Dingesbühl. Heute wieder mal ein kleines Technikvideo. Wir waren ja am Wochenende auf unserer Spendenaktion unterwegs und ich muss sagen, nochmals immer wieder ganz lieben Dank für euren Einsatz, für eure Spenden. Wir haben ja auch nochmal richtig aufgerundet, sodass wir dann echt eine schöne Summe zusammen gehabt haben. Also das war richtig toll. Und ich glaube, da haben wir wirklich den richtigen getroffen. Aber schaut das Video an, da kann man alles sehen. Und die haben sich wirklich gefreut. So, wir gehen jetzt ein bisschen Technik machen. Ich habe da hinten wieder so einen Kandidaten stehen. Da möchte ich euch dazu ein bisschen was erzählen. Und ja, schaut selbst. Das Ganze ist entstanden aus der Geschichte, dass wir hier auf dem Sitz eine Drehkonsole bauen sollten. Jedoch war dieser Ladebooster hier hinten an der Rückwand befestigt. Ihr seht jetzt schon hier an dem... Ich bin jetzt einmal vorsichtig. Ich habe schon mal ein Video gemacht. Das hatte ich Kabelsalat genannt. Also ähnlich können wir das hier auch nennen. Ich finde es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schon turbulent, wie das hier eingebaut war. Hier war eine Büttner AGM. Hier drüben war eine Büttner AGM. Da haben wir jetzt eine 300er Bulldron reingemacht. Ich blende euch mal die Bilder dazu ein, wie die ganze Verkabelung war. Unter anderem war an der Stelle, ihr seht es jetzt gleich, eine Sicherung verbaut, die gleichzeitig auch als Verteiler genommen wurde. Ja, schwarze Kabel, die man dann mit rotem Isolierband ummandelt hat, damit es halt einen Plus darstellen soll. Und kann man alles so machen, aber ich denke doch, als Fachwerkstatt sollte man das, ja, also wir machen es ein bisschen anders. Wir haben jetzt das Ganze hier dann, wie ihr seht, entworren und ein bisschen anders verkabelt, beziehungsweise wir sind hier jetzt gerade noch dabei, die ganzen Kabel hier so ein bisschen zu entwirren und das Ganze ein bisschen anders zu gestalten. Unter anderem natürlich auch, hier sieht man den Kabeldurchlass. Da ist halt keinerlei Kabelschutz drauf. Hier sprechen wir wieder von scharfen Holzkanten. Und da ist halt auf dem Kabel überhaupt kein Schutz drauf. Das ist wieder was, wo ich finde, geht gar nicht. Und das muss man unbedingt anders machen. Und auch hier in den Kästen, wo hier überall scharfe Kanten sind, hier haben wir jetzt einmal eins drauf. Das war aber schon von Haus auf. Aber alles, was dann hier verlegt wurde, da ist natürlich gar nichts mehr drauf. Hier haben wir einen Booster. Also das ist nicht nur ein Booster, sondern man muss wissen, das ist der BCB von Büttner. Ein Ladegerät mit gleichzeitig Booster-Funktion. Das heißt, am Landstrom unterstützt er das herkömmliche Ladegerät nochmals mit 20 Ampere. Beim Fahren, müsst ihr jetzt lügen. Ja, beim Fahren sind es 25 Ampere in der Booster-Funktion. Genau. Und ja, das müssen wir jetzt hier sauber anständig verkabeln, damit das alles sauber Hand und Fuß hat. Weil hier kurioserweise waren viele Kabel von Sicherungen zu Sicherung, also das Plus-Pol von der einen Sicherung zur nächsten Sicherung. Die Sinnhaftigkeit hat sich uns da auch nicht draus erschlossen, worum man sowas macht. Aber egal. Wir haben es jetzt ein bisschen verändert, beziehungsweise verändern das Ganze ein bisschen. Wir haben jetzt hier auch stirnseitig machen wir ein schönes Brett hin, damit man dann dementsprechend hier unten sauber den Shunt befestigen kann. Dann bauen wir hier einen sauberen Plus-Verteiler rein, wie sich das hört. Jetzt gehen wir mal kurz auf die andere Seite mit euch. Dann kann man das, glaube ich, besser sehen. Kleinen Moment. Also ihr seht schon, was hier alles rausgeflogen ist. Hier unten, genau, hier machen wir einen Plus-Verteiler rein, damit wir eben sauber die Kabel auflegen können. Dann haben wir hier den Mess-Shunt vom Mess-Computer. Den machen wir natürlich wieder rein, aber den ist jetzt hier nur Provisorium. Der kommt sauber aufs Brett geschraubt und wird dann auch sauber verkabelt. Entsprechend, so wie sich das dann auch hört. Und das da, also Leute, ich weiß nicht, kann man das nicht anders machen? So ein bisschen beschriften und sauber entlanglegen, damit man, wenn da mal jemand reparieren kann, der hat ja gar keine Chance mehr. Ja, dann haben wir hier natürlich eine Bulldron verbaut. 300 Amperestunden, das ist natürlich eine Geschichte. Deswegen haben wir auch Bulldron genommen, weil die natürlich relativ klein ist für 300 Amperestunden. Und der Kunde hat hier in der Denette einen Dometic-Wechselrichter drin, einen großen. Und mit zwei AGM-Batterien regelmäßig sage ich halt immer, Leute, das funktioniert auf Dauer nicht. Es ist immer wieder das Problem, so ein Wechselrichter, wenn er 2000, 2500, 3000 Watt hat, egal, und ich schließe da einen Föhnhahn mit 1800 Watt, muss man sich mal mit 1500, 1600 Watt, muss man sich mal überlegen, man zieht dann über den Wechselrichter aus der Batterie ganz schnell 80, 90 Amperestunden. Und so eine AGM-Batterie, dafür sind die halt nicht gemacht. Eine geht gar nicht, weil das 80 Amperestunden aus einer wären, das geht sofort über die Wuppe. Bei zwei AGM-Batterien teilen sich die das nur einigermaßen. Dann sind wir bei 40 Amperestunden pro, 45, je nachdem. Aber selbst das ist schon zu viel für AGM. Das dauert dann halt ein bisschen länger, der Steibeprozess, aber es ist halt einfach nicht gut für die AGM-Batterie, weil die das nicht leisten kann, so hohe Ströme herzugeben. Das funktioniert einfach nicht. Genauso wie sie keine 50 Amper aufnehmen kann, kann sie auch keine 50 Amper abgeben. Und das ist einfach das Grundproblem, warum ein Wechselrichter mit 2000 Watt nicht mit AGM-Betrieben gehört. Also wenn, dann muss man da schon verflucht aufpassen. Und ich sage halt immer als Camper, der Laie möchte halt sorglos Camping machen und hier nicht aufpassen. Ja gut, soviel zum Thema, warum wir hier 300er Bulltron reingemacht haben, eben welche dem großen Wechselrichter. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen Ordnung machen. Wir werden das Ganze jetzt morgen schön ordnen, sauber verkabeln. Allein schon das Bild, ihr seht, wie es hier ausschaut. Also natürlich war das hier drin gelegt, ganz klar. Und hier war Abdeckung drüber. Aber wir mussten es natürlich ein wenig entwurren, damit wir rausfinden, was da was ist, weil halt überhaupt nirgends was draufsteht. Aber egal, auch da werden wir wieder durchkommen. Auch das werden wir wieder regeln. Und wenn wir dann soweit sind, zeige ich euch, wie es fertig ausschaut. Also, bis dann. Ja, soviel zu unserem Knaus Alkofen. Ihr wollt einfach nur den Booster versetzen, neue Drehkonsole oder Drehkonsole drauf machen. Das Ganze müssen wir natürlich jetzt ein bisschen großräumiger verbauen und umbauen, damit das alles wieder passt. Die zweite Batterie raus oder die zwei Batterien raus, AGM und eine 300 Hubuldron rein. Aber ich verstehe halt immer nicht, warum man das so in der Art verbaut. Ich denke mir immer mal, Mensch, zwei Stunden mehr Zeit genommen und dann hätte es auch ein bisschen anders ausschauen können. Aber gut, auch da werden wir ein bisschen Ordnung reinbringen in den kleinen Wirrwarr, in den kleinen Kabelsalat. Und dann ist das Auto auch wieder fit. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle und über ein Like freue ich mich natürlich genauso, wie über ein Kommentar unten in der Kommentarspalte auf alle Fälle und natürlich auch über ein kleines Abo. Und das nächste Mal, wie versprochen, kommt jetzt endlich das Solar-Video. Ich habe es bloß welcher Spendenaktion nochmal verschieben müssen, aber die Woche ist es auf alle Fälle dran. Und wenn der Knaus fertig ist, da nehme ich euch natürlich mit, wie wir das Problem gelöst haben oder die Probleme, wie wir das sauber verkabelt haben, seht ihr auf alle Fälle. Also, bis dann. Bleibt gesund. Und alles Gute. Schöne Grüße aus Dinges Blüten. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.